Hallo ihr, ich stelle euch heute die App Angry Birds vor, mit der könnt ihr spielerisch Vogeleier zurückerobern. Ja, richtig gehört, die Spiele-App wird übrigens ab sieben Jahren empfohlen. Nachdem ihr die App geöffnet habt, könnt ihr hier zwischen verschiedenen Kapitel wählen. Innerhalb eines Kapitels gibt es dann unterschiedliche Levels. Euch stehen meistens drei Angry Birds zur Verfügung, mit denen ihr die Schweine abwerfen müsst. Die unterschiedlichen Farben der Angry Birds stehen hier für verschiedene Spezialfunktionen. Vorsicht allerdings auch bei diesem Spiel vor In-App-Käufen, das kann nämlich ziemlich schnell teuer werden. Eure Ergebnisse könnt ihr dann noch über Facebook oder Twitter teilen. Mehr Infos zur App findet ihr auch im Apps- und Ups-Bereich auf www.handysektor.de. Euch jetzt noch einen schönen Tag und bis bald.